Leute, lasst mal hin, was er macht, das kann ich aber nicht. Andreas, doch mal, aber nicht drauf. Der ist im Stehen ohne Hände. André, warte, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen, warte hier. Leute, gleich kommt der. Komm, jetzt fahr. Jetzt ohne Hände. Nee, jetzt, ich musste dich hier auf diesem Moment haben. Leute, der ist ohne Hände im Stehen. Das stelle ich im Internet. Leute, wenn ihr denkt, das stelle ich bei mir und Andreas Martens auf seinen Kanal, dann denkt ihr, er hat mir das Video geklaut. Nein, ich schicke es ihm über WhatsApp, damit er es auch stellen kann, also ins YouTube. Okay? Alle Videos, die wir in YouTube besuchen. Ja, wenn ihr, wenn ihr von uns WhatsApp wollt, dann, dann schreibt eure Nummer in die Kommentare, okay? Wie macht ihr die Kommentare? Einfach nur in die Kommentare schreiben. So, also schreibt in die Kommentare, wenn ihr, ähm, wenn ihr mit uns in WhatsApp sein wollt. Ähm, also ihr sollt in die Kommentare schreiben, also wenn ihr WhatsApp habt und ein Handy habt und Lust mit uns, und, und, und ihr Lust habt, mit uns, ähm, WhatsApp zu haben, schreibt die Nummer einfach in die Kommentare, okay? Oder wir machen hier eine YouTube-Gruppe. YouTube-Gruppe. Ja, machen wir dann eine YouTube-Gruppe, weil, ähm, wenn ihr in die Kommentare schreibt, seid ihr dann beide in der, seid ihr dann in der, äh, sorry, seid ihr dann in der, ähm, YouTube-Gruppe. Ja, wir machen eine Gruppe und dann, wir nehmen euch als Kontakte und stellen euch in die Gruppe, okay? Dann schreibt, ähm, in die Kommentare eure Nummer. So, das war's, der Alex mit Andreas.